Schönen guten Tag und herzlich willkommen bei Dörken MKS The Corrosion Experts. Wir befinden uns hier in der Halle 4.1 Stand C33. Wir haben für Sie ein Exponat mitgebracht, ein Chassis, ein beliebiges Autochassis mit dem besonderen Merkmal, dass wir die eine Hälfte im Originalzustand belassen haben und die andere Hälfte mit unseren korrosionsschutzenden Systemen beschichtet haben. Alle Bauteile haben wir in Klimakammern verbracht, vorgeschädigt mit dem Ergebnis, dass die Originalbauteile grundsätzlich eher ausgefallen sind als unsere Systeme. Hier zum Beispiel der Querlenker 144 Stunden im Salzsprühnebeltest und hier der Querlenker nach 720 Stunden ohne jeglichen Weißrost und Rotrost. Kommen Sie gerne vorbei und wir diskutieren die Details. Untertitelung des ZDF für funk, 2017